Willkommen! Wir haben hier eine Aufgabe von der MIT-Aufnahmeprüfung Cambridge im Jahr 2020. Und zugegeben, nicht alle Aufgaben dieser Aufnahmeprüfung sehen natürlich so wie diese aus, aber die hier beeindruckt in erster Reihe durch ihr Aussehen. Und wir wollen jetzt sehen, ob sie wirklich so schlimm ist wie beim ersten Blick. Die Aufgabenstellung lautet vereinfacht, löse das Integral. Ein Integral zu lösen ist eigentlich kein Problem. Wenn man eine Funktion hat, die man integrieren kann oder eine Stammfunktion bilden kann, dann braucht man nur diesen Hauptsatz der Integral- und Differenzialrechnung. Damit ist die Sache eigentlich schon erledigt. Und genau das macht uns Probleme, diese Funktion. Wenn wir sie ein bisschen näher betrachten, da sind mehrere Wurzeln aneinander verschachtelt. Und das Schlimmste dabei ist diese Punkt-Punkt-Punkt-Geschichte hier hinten. Das bedeutet, diese Reihe endet eigentlich nicht. Und wir haben dann, andersherum formuliert, unendlich viele Wurzeln, die ineinander verschachtelt sind. Aber keine Panik. Wir müssen nicht gleich aufs Ganze gehen. Das heißt, wir betrachten erstmal diesen Term hier oder diese Funktion ein bisschen vereinfachter. Wir denken uns die Punkt-Punkt-Punkt-Geschichte weg. Und schauen uns erstmal nur den Wurzelterm an. Und unser Ziel ist natürlich, diesen Wurzelterm ein bisschen normaler darzustellen oder zugänglicher darzustellen. Und dabei hilft uns ein Wurzelgesetz aus der 8. und 9. Klasse. Zur Erinnerung, den werde ich jetzt nochmal hier rechts an der Seite schreiben. N-Wurzel aus x hoch p ist das gleiche wie x hoch p durch n. Also, dieser Wurzelgesetz lehrt uns, jede Wurzel als eine rationale Hochzahl hinzuschreiben, also Bruchhochzahl. Und wenn wir das Ganze auf unsere Wurzel hier beziehen, wir haben ja nur die normale quadratische Wurzel. Auch bei der normalen Wurzel gibt es zwei Zahlen, die unsichtbar sind. Einmal der Exponent von x, das ist natürlich eine 1. Und weil es die quadratische Wurzel ist, steht hier vorne eine unsichtbare 2. Das heißt, die normale Wurzel umzuschreiben, ist dann x hoch 1,5. Also, wir werden jetzt diesen Term hier auf der linken Seite von innen nach außen, also angefangen mit dieser Wurzel x, Schritt für Schritt umschreiben und schauen, wie man es sonst so darstellen kann. Also, ich fange jetzt im Inneren an mit der ersten Wurzel. Ich habe alles abgeschrieben bis zu diesem Punkt und das bedeutet hier, am Ende kommt einfach mal x hoch 1,5. Als nächstes verschwindet die nächste Wurzel im Inneren. Das bedeutet, die ersten zwei Wurzeln werde ich jetzt nochmal neu abschreiben. Und jetzt müssen wir aufpassen. Aus diesem x hoch 1 wird dann, wenn wir die Wurzel auflösen, ein x hoch 1,5. Und aus dem letzten x hoch 1,5, wenn wir nochmal mal 1,5 nehmen, 1,5 mal 1,5 sind 1,4. Deshalb haben wir hier mal x hoch 1,4. Mit der gleichen Taktik geht es auch weiter. Wir lösen jetzt die nächste Wurzel aus dem Inneren aus. Das bedeutet, da schreibe ich erstmal ab. Und jetzt aus diesem x hoch 1 wird wieder ein x hoch 1,5. Aus dem nächsten x hoch 1,5, also aus diesem hier, wird jetzt ein x hoch 1,4. Und aus dem letzten x, aus x hoch 1,4, ein Viertel mal 1,5 sind x hoch 1,8. Und zum Schluss lösen wir noch die letzte Wurzel auf. Das bedeutet, aus unserer x hoch 1 hier, wird jetzt x hoch 1,5. Und aus dem x hoch 1,5 auf der linken Seite wird dann entsprechend x hoch 1,4. Und aus der x hoch 1,4 wird x hoch 1,8. Und unser letzter Term, aus der x hoch 1,8 wird x hoch 1,6. Und jetzt können wir gedanklich wieder zurück zu unserer unendlichen Reihe kommen, also zu dieser Punkt-Punkt-Punkt-Geschichte hier. Und ich glaube, das ist gut machbar, dass man sich den nächsten Term hier vorstellt, wenn man diese Reihe ins Unendliche erweitert. Und zwar, ihr merkt, unter dem Nenner bei dieser Brüche ist immer eine Zweierpotenz. Also, 4 ist 2 hoch 2, 8 ist 2 hoch 3, 16 ist 2 hoch 4. Und der nächste Term wäre natürlich mit 2 hoch 5, also 32. Und dann der nächste mit 2 hoch 6, 64. Und so weiter. Mit einer weiteren Regel aus der 8. und 9. Klasse kann man auch diesen Term hier noch vereinfachen. Also, ich werde hier noch kurz die Regel hinschreiben. x hoch a mal x hoch b ist das gleiche wie x hoch a plus b. Also, das heißt, wir haben natürlich hier mehrere xer, aber grundsätzlich können wir alle diese Exponenten dann zusammenfassen über eine Basis x. Entsprechend wird dann unser Term dann so aussehen, x hoch, und dann haben wir oben ein Halb plus ein Viertel plus ein Achtel und so weiter. Also, halten wir fest, was wir bis jetzt rausgefunden haben oder vereinfacht haben. Dieser ganze Wurzelterm, was wir am Anfang hatten, haben wir dann auch geschafft umzuschreiben in x hoch ein Halb plus ein Viertel plus ein Achtel und so weiter. Das heißt, jetzt müssen wir uns nur um diesen Exponenten hier kümmern und natürlich dafür einen Wert oder einen Näherungswert herausfinden. Ich werde jetzt für dieses Problemchen zwei Lösungen zeigen. Eine Lösung, die man nun nachvollziehen kann, wenn man ein Studium irgendwann mal geometrische Reihen behandelt hat, und eine andere Lösung, die jeder von euch nachvollziehen kann. Keine Sorge, jeder dieser Lösungswege dauert genau 30 Sekunden. Dafür bitte kurz rechts hier an der Seite schauen. Also, erstmal der Lösungsweg mit der geometrischen Reihe. Diese Reihe hier links könnt ihr euch auch als eine geometrische Reihe vorstellen. Also, Summe von, meinetwegen, n gleich 1 bis unendlich von 1 durch 2 hoch n. Und entsprechend, wenn man so einen Ausdruck kennt, dann weiß man mit ein bisschen Übung, dass da 1 rauskommt. Also, das würde bedeuten, dass das Ergebnis hier 1 ist. Und keine Panik für diejenigen von euch, die das nicht auf Anhieb nachvollziehen können, kommt jetzt ein Lösungsweg, das jeder nachvollziehen kann. Und zwar, wir machen es so, wie vor über 2000 Jahren bei dem alten Griechen. Wir reimen uns das zusammen. Also, ich habe hier auf der rechten Seite ein Quadrat genommen. Und wir gehen davon aus, dass die Fläche dieses Quadrats genau 1 ist. Also, eine Flächeneinheit oder ein Ganzes. In erster Reihe werden wir diesen Quadrat halbieren. Das bedeutet, hier haben wir die Hälfte von Quadrat und unten haben wir die Hälfte von Quadrat. Dann, die untere Hälfte, halbieren wir nochmal. So, dass wir hier ein Viertel haben. Und auf der rechten Seite auch noch ein Viertel. Die rechte Seite werden wir nochmal halbieren. So, dass wir hier ein Achtel haben. Und rechts nochmal ein Achtel. Und dieser ein Achtel halbieren wir nochmal. So, dass wir hier ein Sechzehntel haben. Und rechts nochmal ein Sechzehntel. Und so könnte man die ganze Zeit weiter vorgehen. Und wenn ihr jetzt diese Zahlen mit unserer Summreihe auf der linken Seite hier vergleicht, dann merkt ihr, dass das eigentlich die gleichen Zahlen sind. Und das führt uns zum wichtigen Erkenntnis, weil egal wie oft wir jetzt noch diese Bereiche hier halbieren und alle diese Bereiche zusammenzählen, wir werden niemals über die Zahl 1 rankommen, weil 1 der Flächenhalt von diesem Quadrat war. Also, damit kann man auch sehr leicht nachvollziehen, dass der Wert dieser Reihe hier eigentlich immer 1 ist. Und wenn wir jetzt wissen, dass unser Exponent 1 ist oder 1 ergibt, können wir natürlich auch das Integral neu schreiben und endlich lösen. Also, wir hätten da nur noch Integral von 2 bis 3, von x hoch 1 oder einfach nur x dx. Dafür nutzen wir natürlich diesen Hauptsatz der Differentialen Integralrechnung. Das heißt, wir bilden hier eine Stammfunktion. Die wäre 1 halb x hoch 2 und zwar von 2 bis 3. Und dann setzen wir die Grenzen ein. Entsprechend haben wir dann 1 halb x 3 hoch 2 minus 1 halb x 2 hoch 2. Also, wenn wir die Terme ausrechnen, haben wir dann entsprechend 9 halbe minus 4 halbe. Und das ergibt 5 halbe. Und damit werde die Aufgabe erledigt. Und zum Schluss noch einen kleinen Hinweis. Wenn Interesse, weitere ähnliche Aufgaben, findet ihr gleich in einer Playlist im Abspann. Eine Playlist, die ständig aktualisiert wird. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts. Aber das bedeutet,